hallo ich will jetzt gern losfahren kann es sein dass die dinge irgendwie manchmal ein bisschen backen das kommt von einem steck du bist eingebaut wir sind hier vorne so jetzt keine ahnung hier lang fahren irgendwie ziemlich schnell also so richtig schön gesmooft richtig gesmooft hey thomas du fährst vor deinem boot alter jetzt lenkt doch nicht ach das ist ja blick gesteuert gewesen ja gut hier ist es erstmal so wie hier hinten rum fahren kann ich nicht scheiße ich hätte natürlich auch einfach ein waypoint setzen können jetzt mal hier ein waypoint da ist ja mir kackt auch noch zu hause okay kann ich jetzt hier z z z da passiert leider rein gar nichts ich glaube da kann man nicht fahr mich nicht anders geht's gut kaputt ich glaube hallo fahr irgendwo hin aber da hinten ist fahr mal einfach mal so aber ich glaube nicht dass wir da weit kommen kann es sein dass sich der grund irgendwie die ganze zeit zwischen erde und sand und nicht ganz entscheiden kann ja das sieht irgendwie so aus das ist wie so eine kuh so wie so eine milka kuh okay hier ist jetzt erstmal nur dings und da ist auch eine wüste da hinten äh da könnte es weitergehen ich weiß nicht so recht ich sehe auf meiner karte das kann ja auch einfach über das ende kann ja auch über nacht einfach auf dem boot bleiben ja trotzdem sollte man da im wasser bleiben gut dann fahren wir halt mal irgendwie hier rum oder ey das ist hier echt irgendwie so ein milka boden ganz ehrlich das sieht wirklich lustig aus kann ich mal 5 drücken ja fahr mal einfach dahinter gern sonnenuntergang thomas versuch mal mit f8 zu steuern lol meine ich stehe in dem boot drin meine füße jetzt sehe ich hier irgendeinen bug und da unten sehe ich einen teil von unserer miene jetzt ich glaube das wasser ist nicht ganz so groß kann es sein doch eigentlich schon aber was ist denn hier als letztes wasser geht hinter dem scheiß hier sind erstmal schweine und kühe und alles im wasser aber gut wo ist denn du ja bei mir lädt es jetzt die map so langsam hinter dem berg da alter jetzt hinter dem berg da mach mal die nitro rein ja hier ist sonst gewillt cool nein du bist vor die kugel schwammt pass mal auf dann machen wir hier mal eben kurz ein lager stehen bleiben hallo hallo nein ach ich muss f5 drücken so jetzt nochmal und f1 mein boot steht da drüben guck mal soll ich dir eins bauen ja zack 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 so ich hab ja eben nicht gemacht so hier hast du's ich schwimm mal eben darüber schade dass man seinem boot nicht noch irgendwie was zum schm- äh was zum schwimmen was zum beleuchteranhängen könnten kann könnte das wäre nämlich irgendwie da sieht ein bisschen lustig aus ey kuh hau ab man so ich wollte mal kurz lenken sagen okay ich weiß nicht hier hinten könnte es weiter gehen wo ich glaub da geht es auch weiter hier oder auch nicht schiff drücken hm kannst du mal schiff drücken kannst du mal schiff drücken hm kannst du mal schiff drücken gas geben und so hey das ist nicht qualitens komm ins lenk zum teufel da kommt ne da kommt ne da kommt ne du musst drum rum fahren das sumpfgebiet ey was was ist denn das für milka boden hier ganz ehrlich das ist aber noch alles 1.8 welt glaub ich hm sicher dass da die sumpfgebiete mit dem wasserschamm waren hier ist doch gar keine hier ist doch normales wasser da drüben links von dir ja das kann auch ein bug sein also in 1.8 war glaube ich noch keine sumpfgebiete rum jetzt warte mal jetzt ist das ziemlich blöd hier auf der karte es sieht aber nicht nach bug aus die können sich in der alpha welt auftreten grünes wasser ja das ist ein bug jetzt warte mal hier ist glaube ich ziemlich aussichtslos wenn ich das auf der karte richtig sehe ist kein bug aber gut uieieieiei das ist ein bug hier nicht alter die welt da hinten war schon lange erkunden ja hier ist jetzt irgendwie alles ziemlich aussichtslos dahin geht's auch nicht wirklich weiter das endet auch da oder also ab hierhin wieso steht da in der crafting box ja sag ich doch das ist alles schon erkundet oh da bin ich ein zombie oh scheiße ich steig mal aus ich war weg ja jetzt haben wir ein problem und zwar hier geht es nicht weiter da hinten ist gleich wieder sumpfgebiet oder sind drei skelette hinter mir hier ist das war auch versuchen wir hier rumzufahren das ist blöderweise nur bei der map hier nachts ziemlich dunkel das wasser grün dunkel und so weiter kann auch ein bisschen so lenken stimmt ja grund jetzt war mal hier ist erst mal wieder ende ziemlich so aus scheiße hinten dran ist direkt das meer wir müssen irgendwie aussteigen oder wir versuchen was willst was graben ich glaube ich hau nur das boot ja du haust nur das boot nein 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 steig sofort aus steig sofort aus mein busch meint nicht dafür habe ich jetzt alter jetzt leckt doch nicht rum gut willst du deinen boten graben graben ja eigentlich schon dann erledigen wir das ding und ich machen haben das wird jetzt unser überland kanal der creeper der wollte eigentlich nichts böses der wollte mir nur helfen wenn du einen faktor vergessen das scheiß wasser hätten wir den einmal mit brauchen brauchen sollen ich habe einmal gut dann kannst du ein wasser da reinfüllen sonst gibt's deine boten mitnehmen oder kannst du mit bergauf machen ich habe mal den drecks raum da weg alter wieso leckt denn der jetzt hier alles ist immer wenn er ne neuer 4 gigabyte erteilen ja und hier zwischen noch irgendwie den weg ja bin der gerade dabei so hätten wir nämlich eine sehverbindung entschuldigung äh soll ich das hier mal wieder auf hallo blottieren raus eigentlich mal ganz kurz wir haben das ganze auch nur eins hoch ja das war der creeper hallo runter so wieso leckt das jetzt so hat man das mit dem boten geschafft ja gut dass ich das alles repariert habe aber für auch hier da irgendwie das scheiß das blöde was ändert das nicht dran immer wieder erstellt immer noch drei gigabyte eine neue datei und dann leckt es hier ist immer noch milkboden